meine lieben ich habe jetzt ein objekt das wird euch super gefallen riesengroß 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 also hier aber bad und dusche nummer eins es ist halt schon knapp acht jahre alt und also es ist ein investitions objekt aber besser noch zum selber wohnen hier haben wir platz für eine garderobe bitte schimpft nicht auf meinen schnellen schwenks weil sonst ich habe keine zeit hier haben wir eines der schlafzimmer schön groß platz für einen großen kleiderschrank balkon nummer drei hier haben wir bad nummer zwei bad nummer zwei und die aussicht vom balkon die zeige ich euch jetzt nun mal von hier außen warum weil das so viele schlösser dran hat ich zeige euch jetzt die aussicht von den anderen balkonen damals schon die türen offen hier haben wir noch mal ein schlafzimmer ja noch mal ein schlafzimmer und jetzt hier haben wir das wohnzimmer riesengroß mal schaut euch das wohnzimmer ein riesen wohnzimmer und hier balkon nummer eins die aussicht schaut euch die aussicht schaut euch die aussicht und das ganze drei zimmer für 69.000 das ist euer pool das ist euer pool okay wir haben hier bananen plantagen wir haben hier alles oliven orangen da sehen wir noch orangen rumhängen dann die aussicht da hinten ist schön die aussicht hier ist noch schöner ja und jetzt gehen wir zum hauptbalkon das weiß der kleine balkon schaut mal das riesenzimmer an leute alle leute ich sag nur als land zu und das ganz schnell wasseranschluss für die pflanzen steckdose für den elektrogrill und die aussicht vom großen balkon gemeinschaftsparkplatz da hinten noch mal gemeinschaftsparkplatz schöner wunderschöner weg was wir machen müssen ist hier abschleifen und neu streichen und das treppengeländer ist sehr stabil habe ich gesehen wir haben auch behinderten zugang für rollstuhl also eine wunderschöne wohnung mit solchen fenstern die auch das ist so englisch style ja so ok meine lieben so viel mal von mir ich habe es heute eilig ich will so viele wohnungen wie möglich heute filmen ihr seht die deckenstuck arbeiten wunderschön die küche wunderschön so viel von mir bis zum nächsten video also wunderschöne große wohnung drei balkone zwei bäder großer wohnzimmer bis zum nächsten video